Jeden Tag, den ganzen Tag, immer nur Reiss. Wenn ich weit nicht wäre, wäre ich Jasmin Reiss. Was geht ab, meine Freunde? Und damit herzlich willkommen. Zurück zu Let's Triad. Ich bin immer noch auf dem Kampf, mal ein Spiel zu gewinnen hier. Hast du den kaputt? Nein, kriegt er nicht. Ich habe keinen Mana, ich kann dir nicht helfen. Okay, der Kill ist weg. Oh, der Heimerding ist auch da. Aber ich kann nicht helfen. Kappnase. Haha, outplayed. Na ja, gut, so ist nichts passiert. Okay, der ist doch da. Aber ich weiß nicht, ob die Links immer noch hier ist. Der hat halt nur Mana, ne? Bei dieser Welt lässt man besser Vorsicht weiten. So, ich kann zurückgehen. Ich habe Tipeee, hat der auch Tipeee? Ah, hat er auch. Schade. Aber gut, ich sollte auf jeden Fall schneller wieder da sein. Er hat wieder ein bisschen Mana. So, wie die Trainer. Und nochmal ein Pot. Meine Geschichte, es würde ewig dauern, so zu erzählen. Ich bin nur ein Gefängnis. Wenn ich für jede Meile, die ich gerannt bin, eine Rune hätte, müsste ich nicht mehr rennen. Der trifft mich wirklich mit jeder Queue, ne? Nein, nicht mit jeder. Jetzt ist er Level 6. Wo waren wir? Äh, der kriegt mehr Farm. Der hat noch mehr Farm, wie ich. Deswegen halte ich Abstand. Also immer wenn ich in der Luft bin, kriege ich halt keinen Farm. Wenn ich gerade meine EQ verkackt. Der weiße Versuch macht, wenn es aufzuhalten. Durchblick ist Macht. Durchblick ist Macht. Weise Worte. Das ist jetzt einfach mal Top Lane. Oh, da noch hinzutöpinen ist töricht. der tp ist schon nicht mehr durchgegangen aber besser ist auch weil sonst wäre freaky gewesen aber ich bin noch geflasht ich bin dumm wie scheiße ich bin dumm wie kacke dumm wie ein stück kacke einfach nur ein dummes stück kacke fakt alter kann man nur so gut sein kann man nur so ein dummes stück kacke sein jetzt habe ich meine ulti nicht mehr die alte niemand ist meine aufgabe gewachsen nicht einmal ich ich habe die runen gelesen ich kann doch nicht durchlaufen müsste ich dich vernichten oh fuck ich bin tot ach komm wie dumm war das denn ach ich habe beide nicht getroffen oder beide zwar getroffen aber für beide hat knapp nicht gereicht das war jetzt so ärgerlich sie haben keine ahnung sie haben keine ahnung des und Ich war auch mein Typhoon. Okay, hab ich hier drin und er war in der Mitte, das ist gut, er hat in der Mitte gesaved. Nein, hat es doch noch gereicht? Fuck ey. No go Tristana, von denen haben sie. Jawohl. Oh. Oh sweet, toll, der war doch schon fast tot, der hatte doch schon nur noch zwei Hits. Wieso hat er denn jetzt auf einmal wieder mehr? Es wäre einfacher, wenn mich das alles nicht kratzen würde. So, ich hol mir jetzt ein World of Ages und dann geht's auf Ludens. Weißt du, was ich jetzt gebrauchen könnte? 1,4. Wir sind hinter der Rolle her. Vielleicht versage ich, aber aufgehend ist keine Option. Busch. Weil ich jetzt nicht weiß, war da nur der Trash? Alter bin ich geschluckt. Oh lol, wow, überlebt die das wieder, alter. Wie knapp, alter. Ich bin so unlucky of rice. Ich bin so unlucky of rice. Erstens hat die da wieder so knapp überlebt. Dann flasht der und ich renne auch noch in dem sein Schrei so ganz knapp am Rand rein. Holy shit, ey. Ja, Trinder mehr macht da, was den Trinder mehr machen sollte. Glückwunsch. Wart macht die Tristana da? Boah, Alter. Der hat sich sogar noch überlebt, ey. Er war close, aber war sehr gut. Wieder eine Q, die daneben ging. Ich habe hyper-w gurrer abgelaufen. Ich bin so fällig, wenn du dich nicht werfen willst. Oh, oh! Finstere Schatten verbergen dunkle Mächte. Wenn du darauf bestehst. 3 gegen 3 direkt wieder geflasht die rage von der q die finde ich halt so krass ich kann die aber auch nicht einschätzen weil ich den schug hat so selten spiel ok der ist wieder nicht gestorben weißt du nicht von mir wenn ich für jede meile die ich in einer rune hätte müsste ich nicht mehr wenden sich in dunklen etten ganz fix shoppen papier tanken let's go let's go ok der tower ist schon dauer ich bin zwar so noch fit aber übertrieben müde die 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 Na gut, hört sich übertrieben an, aber... Ich könnte dir sagen, was auf der Schriftrolle steht. Aber dann müsste ich dich vernichten. Oh, wie wenig damage ich da gemacht hab jetzt. Oh! Oh, so mistigem Kombo. Schade. Schade. Das war jetzt ärgerlich, dass die Leona gerade reingesprungen ist mit ihrer E und dann die Tristaner, die weggekickt hat. G3 ist zwar nicht gefeedet, aber ist schon nicht schwach. Okay, da hab ich auch wieder keinen Kegel gekriegt. Was geht denn, Alter? War das der Finder range mit seinem scheiß Fressen. Alter. Ich wollte die Tristaner jetzt schützen. Wollten deswegen festhalten. Naja, und jetzt haben sie uns geacet. Und ich denke mal, da war auch schon wieder das Game. Wobei, ne, die haben keinen DPS. Na gut, da haben wir Dinger mit den Turrets. So gehen. Aber, okay, und die haben nicht die Tanks. Dann geht's noch, aber ist trotzdem krass. Ähm, ich glaub, wir gehen direkt auf den Hut lieber. Ich brauch nämlich mehr Damage. Einfach mal still stehen. Ach, der hat zu wenig Damage, ne? Man ist ein Tank, ist klar, aber... So, meine Ult benutze ich lieber zum Disengagen. Ja, nur noch. Aber, bei dir ist es natürlich auch ein Team. Auch jetzt ist es gar nichts mehr. Das ist wirklich nützlich. So, ich war glücklich, zu especial und zu kenne. So, alle Zerschläge! Oh, das ist für einen Zerschläge. Wo willst du mich? Die sind die Zerschläge. Ja, ich bin zuerst. Ja, ich bin zuerst. Ja, ich bin zuerst. Schau mal. Du bist doch so. gibt es das gibt es das mein gott das gibt es doch nicht ich hab sie gedacht sie macht re-engage Wollte der mich immer wieder mampfen? Immer mich mampfen, ne? Immer auf die kleinen, schwachen Rise. Immer auf den kleinen, schwachen. Mal gut, 4, 5, 10 ist okay. Wie gesagt, ich bin so second support mit Rise. Und dann ist halt, mir fehlt immer wieder der letzte kleine Funken Damage, um den Dude zu töten. Immer der letzte kleine Funken. Oh, 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 wow. Und ich wurde wieder gefressen. Ey, der frisst mich immer, ne? Immer werde ich gefressen von ihm. Bin ich so lecker? Ich meine, ich bin Rise, also das ist bestimmt so ein Chinese oder sowas, Alter. Der den ganzen Tag nur Rise frisst. Jeden Tag, den ganzen Tag immer nur Rise. Und wenn ich weit nicht wäre, wäre ich Jasmin-Rise. Mein Gott. Ja. Wer jetzt immer so da, wo die Tristana reingeht, das kann nicht auf jeden Fall hinterher gehen. Die Geschichte wieder ruhig gezwungenermaßen. Und hier komme ich hin. Ich will wieder be-Silenced an. Das war ein bisschen geboostet. Das war ein bisschen geboostet. Aber ich hätte die Ulti ein bisschen früher machen müssen, dann wären die Fläche auch noch mit reingekommen. Wir hatten doch Minions gehabt, dann hätten die die nicht gefehlt, die hätten sich alle zurückgezogen. Dann hätten wir noch Minions gehabt, die wären ohne Tower-Agro reingelaufen, dann hätten wir sie da auch killen können, weil die alle ziemlich low waren. Aber gut, okay. Okay, wir haben es. Also gerade der, mit dem ich nicht erwartet hätte, dass ich den gut spiele, mit dem habe ich jetzt so ein Münder, da haben wir als Team den Münder, Solo-Leistung, naja, wir haben so viele gespielt, meine Mitte lange beschützt. Runde gegenfarm konnte die meisten Engages oder viele Engages auch recht gut kontern, indem ich den wichtigsten immer jeweils festgehalten habe und die Assists halt habe. Aber egal, wir haben den ersten Sieg geholt, wow, wir sind 23 Punkte, wir haben B zwar nur gespielt, aber mit Ryze habe ich auch nicht mehr erwartet als ein B. Aber egal Leute, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, haut rein!